Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer des Wahnsinns zu Sam & Max, Hit the Road. Ja, in der letzten Folge haben wir in Bumpersville, warum auch immer Bumpersville, äh, ja, wieder Bumpers. Trotzdem, äh, der Typ ist komisch. Äh, haben wir Bruno und Trixie befreit, die jetzt abgehauen sind zur großen Yeti-Party, auf die wir uns jetzt auch einschleichen wollen. Dieser Ort ist aber idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. Und ja, es fängt sich ja schon gut an, wie wir hier sind. Es ist ein kleiner, blubbernder Vulkan, der der Dschungelatmosphäre den gewissen Kick gibt. Mhm. Sieht eher aus wie ein Schokoladengeysir. Naja, Schokolade wäre schön. Savage Jungle Inn. Ja. So, da gehen wir mal hinein. Es ist eine Telefonzelle mit Schutz vor Spannern. Ja, es wächst später an der Tür rum. Ich wüsste niemanden, den ich anrufe. Ruf mich an, ruf mich an! Du müsstest vorher leibhaftig werden. Ich bestehe aus Pixeln, das ist besser als leibhaftig. Ja, brechen wir mal die vierte Wand. Das war ein furchtbarer Dialog, Max. Mir verzeiht man das. Ich bin nie... Puh. Ja. Gut, hier steht ein Yeti. Den Film habe ich damals im Kino gesehen, als ich noch ein Welpe war. Als die Spannungskurve ihren Höhepunkt erreichte, schmissen sie riesige Plastikschlangen ins Publikum. Warum dreht man heute nicht mehr solche Filme? Haha, das war ja kein Fein. Wachsende Ansprüche? Vielleicht. Ich frage mich, ob dieser Vogel sprechen kann. Vielleicht gibt er uns einen wichtigen Hinweis. Ach, erzähl keinen Blödsinn. Ja, Bexp sagt dem Vogel lieber. Sei nicht albern. So, reden wir erst mal mit ihr. Hey, sind Sie nicht Evelyn Morrison, die berühmte B-Movie-Aktrice? Ja, ich bin Sie. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboter-Terror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamduberetta nimdo? Nein, das war ein Vampir in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. Wie sind Sie bloß zum Hotelgewerbe gekommen? Ich wette, es war eine dreckige Kombination aus schnellen Autos und heftigem Lebensstil. Brumm, brumm. Es waren die Stars. Größere Filmstars als Sie? Puh. Puh? Nein, die Stars wurden nicht größer. Die Gummimonster wurden kleiner. Und ich glaube immer noch, dass es eine finstere Geschichte voller Sünde und Verdorbenheit ist. Kein Kumpel-Hörfobie an dieser Stelle. Action. Ich bin fertig für meine Nahaufnahme, Mr. Corman. Ich habe dieses unwiderstehliche Verlangen nach einem Cocktail mit Schirmchen. Evelyn Morrison's Jungle Inn hat die weltbesten Cocktails mit Schirmchen aus 237 verschiedenen Sorten rum. Alle in nur einem Cocktail? Wo geht es zur Bar? Mal ganz locker, Max. Du trinkst doch überhaupt nicht. Oh, richtig. Der Tukan muss mir Worte in den Mund gelegt haben. Das Bex nicht trinkt, überrascht uns jetzt etwas. Haben Sie irgendwelche Probleme mit den Yetis? Evelyn Morrison kam schon immer gut mit den grotesken Kreaturen der Nacht aus. Ich fasse das mal als Nein auf. Sie haben nicht zufällig so einen kurzen, selbstverliebten, am Rande des Abgrunds stehenden Country-Western-Lieder singenden Star gesichtet? Den hat Evelyn Morrison schon vor Stunden des Geländes verwiesen. Warum? Er hat Evelyn Morrison's Gäste belästigt. Okay, wie er auch über sie das geschafft hat. Ja, das war der Hauptknackpunkt, warum wir mit ihr reden müssen. Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore Dinosaurier-Teergruben und Bungee-Nationalpark in North Dakota. Und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Goatleaver, Texas. Ja, das sind die beiden letzten Orte. Ich glaube, mir gefiel das Summen besser. So, dann reden wir mal mit dem Yeti, der hier steht. Was ist dort drin los? Riesige Yeti-Party. Stopp! Was ist? Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen passieren. Irgendwie müssen wir hier reinkommen. Erst wenn ihr ein Yeti seid. Yeti, Yeti, lasst mich rein. Was wollt ihr machen, wenn ich euch nicht lasse? Pusten und prusten, bis ich umfalle. Okay, also wir müssen erst ein Yeti werden, um da reinzukommen. Gut, dann machen wir das mal. Erst einmal... Erst einmal... Äh... Nochmal zurück zum Pappen, was ich will. Weil hier haben wir, glaube ich, was vergessen. Ich glaube, wir müssen das Bild mitnehmen. Genau, wir brauchen das Bild. Ein umwerfendes Porträt von John Muir, dem berühmten Naturforscher. Das ist das Erste, was wir brauchen. So, dann können wir erst einmal zum großen Museum... Ein berühmtes Gemüsemuseum. Mhm. Was für ein Detailreichtum. Ja, alles... Bist du die Möhre, die sich aus dem Buchregal neigt? Denk nicht dran. Aber was ist mit den Gartenbohnen hinter dem Zaun auf dem grasigen Hügel? Ja, Osterinsel-Maiskolben gibt's hier auch. Ihr Porträt von einem Foto. Ich kann nicht glauben, dass Harrison dazu sein Einverständnis gegeben hat. Eine erstaunliche Ähnlichkeit. Es ist schon erstaunlich, was Sie alles mit Pilzköpfen machen können. Jetzt die Frage, welchen Harrison Sie meinen. Fort? Überreste von Conroy Bumpers Auberginen. Ich glaube, seine 15 Minuten rum sind schon um. Mhm. Bei der heiligen Mutter des Kürbis, was ist das? Ist das nicht ersichtlich? Ich ziehe Gemüse in Form von berühmten Persönlichkeiten auf. Für eine kleine Gebühr forme ich Gemüse nach einem Foto. Oh, das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Wie lange hast du auf? So lange, wie du willst. In diesem Geschäftszweig musst du jede Gelegenheit nutzen. Das glaube ich gerne. Auch wenn sie wahrscheinlich keine Konkurrenz hat. Ich finde das alles sehr faszinierend. Nun, was ist denn zur Zeit in Sachen Gemüsepersönlichkeiten besonders angesagt? Ich kann nicht glauben, dass ich schon lange genug gelebt habe, um dich das sagen zu hören, Sam. Du wirst es vielleicht nicht glauben, Junge. Aber wirklich angesagt ist im Moment die Miniaturisierung. Miniaturisierung? Erbsen. Erbsen? Alles, was wir wollen, ist, äh, gebt den Erbsen eine Chance. Okay, geben wir den Erbsen eine Chance. Also geht morgen schön Erbsen kaufen. Weißt du irgendetwas über Yetis? Tja, man kann sich schlecht mit Gemüse nachbilden. Ich habe vor einiger Zeit mit diesem Gedanken gespielt. Aber es gibt kein pelziges Gemüse. Schau mal in unserem Kühlschrank nach. Ich wollte gerade sowas in die Richtung zeigen. Warum liegen dort drüben so viele Konvoiköpfe? Nun, ich probierte ein neues Wachstumshormon für einige meiner berühmteren Persönlichkeiten aus, bis ich merkte, dass es Blödsinn war. Und jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen. Sie wachsen alle mit diesem missgebildeten komischen Zeugs obendrauf. Erinnerte mich an Conroy Bumpers. Darum verkaufe ich sie als Angebot. Okay. Nun gut. Tschüss. Also, wir wollen Gemüse, das aussieht wie ein, äh, Berühmtheit. Was kannst du daraus machen? Der berühmte Naturalist John Muir, hm? Ich finde, er sieht wie ein Zucchini-Kürbis aus. Ich kann einen machen, es wird nur etwas dauern. Okay. Das heißt, wir kriegen einen John Muir-Kürbis, nehmen einen Conroy Bumpers-Kürbis mit. So, mit dem Conroy Bumpers-Kürbis, ich weiß gar nicht, haben wir das, nein, wir haben das Kissen auch noch nicht eingesackt. Also, machen wir das jetzt auch gleich. Wenn wir schon hier sind. Oh, wir haben das Kissen schon. Ach, da unten ist es ja, okay. Äh, nein, 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 nein. Ich brauche den Conroy Bumpers-Kürbis. Und dann machen wir die Indiana Jones-Nummer. Hey! Das tut weh. Lass mich los. Und bleib draußen. So. Wir haben jetzt aber Conroy Bump ist hart. Das ist Conroy's 2P. Ja. Das können wir übrigens auch mal kombinieren. Da unten hinpacken. Also so Zeug, was wir nicht mehr brauchen, können wir nach oben schichten. Außer Max natürlich. Max brauchen wie immer. Aber die ganzen Sachen hier sind eigentlich jetzt komplett irrelevant geworden. Nur leider können wir sie nicht wegschmeißen und sie verschwinden. Auch nicht, wenn sie ausgedient haben aus dem Inventar. So. Jetzt können wir in den Dino Park fahren. Dino Bungie National Gedenkstätte. Äh, ja. Schau. Eine 70 Millionen Jahre alte Statue ohne Graffiti. Ich wusste doch, dass da irgendwas fehlt. Wo sind die Spraydosen? Kommt gar nicht in Frage. Wieso nicht? Du bist künstlerisch unbegabt. Darf ich wenigstens seine Zehennägel rot anmalen? Vielleicht später. Ja. Ein gefährlich aussehendes Maul. Nein, Max wollen wir nicht benutzen. Ich wollte die Sprechanlage benutzen. Um Rex sprechen zu hören, Knopf drücken. Hi. Ich bin Rex. Die Donnerechse. Während der späten Jura-Periode war ich König der Dinosaurier. Wie man sehen kann, sind meine winzigen Vorderarme ziemlich nutzlos. Aber das gleiche ich mit meinem kräftigen Schwanz, meinen muskulösen Beinen und meinen messersaufen Zähnen auf. Irgendwo habe ich solche Haare schon mal gesehen. Auf deinem Hintern? Nein. Dieses Haar gleicht dem Yeti-Haar. Aufs Haar. Du glaubst doch nicht, dass man Yetis gehäutet hat, nur um diese alberne Attraktion herzustellen. Wer weiß? Oder besser, wen kümmert das? Ja. Um Wally sprechen zu hören, Knopf drücken. Hi. Ich bin Wally, das wollige Mammut. Hi. Ich bin Wally, das wollige Mammut. Ich bin jetzt zwar ausgestorben, aber in der Eisheit war ich König der Säugetiere. Hi. Ich bin Wally, das wollige... Okay. Ich glaube es immer noch nicht, wie sehr dieses Mammut-Haar dem der Yetis ähnelt. So, deswegen holen wir uns dieses Pseudo-Yeti-Haar. Und den besten Rasierer haben wir auch dabei. Nämlich Max. Hey, was? Ich habe eine Aufgabe für deine gewaltigen Schneidezähne. Was? Siehst du dieses Wally-Gemammut? Was ist damit? Hör auf, den Idioten zu spielen und mach dich an die Arbeit. Ja, wir beginnen jetzt nach Beschädigung. Gute Arbeit, Max. Jetzt haben wir mehr Mammut-Haar, als wir jemals brauchen werden. Und wir haben etwas sehr Wichtiges gelernt. Ja, die Mammut sind vor lauter Scham ausgestorben. So, jetzt haben wir Mammut-Haar. Ich will damit nicht raus. Es wäre nett, ein haariges Bachstelzen-Kostüm zu besitzen. Ja. Ja.